Hallo Leute, ich dachte, ich erzähle euch noch ein bisschen was über das Kavaluna. Ich habe euch ja schon erzählt, dass der nächste Kavaluna-Termin für eine neue Show am 22. und 23.04.2023 ist in der Lokhalle. So sieht übrigens das Titelbild vom nächsten Film aus, beziehungsweise von der nächsten Vorstellung. Ähm, ja, falls ihr noch ein bisschen mehr über Kavaluna wissen wollt, müsst ihr unter www.kavaluna.com Ich zeige euch das hier mal. Da. Ja, da müsst ihr dann schauen. Ja, also, ich liebe Kavaluna. Ähm, die erste Vorstellung hieß... Welt der Fantasien, glaube ich. Ähm, ja, ich fand es wunderbar. Ich liebe Kavaluna. Ähm, leider wurde der Termin für Legende der Wüste drei Jahre lang verschoben, bis wir ihn gestern gucken konnten. Das war echt, echt cool. Ähm, ja, heute ist auch nochmal eine Vorstellung. Um 14 Uhr noch was und um 15 Uhr. Ähm, so sieht das Titelbild von Legende der Wüste aus. Also, das war von der Vorstellung, die wir geguckt haben, ja. Falls ihr noch mehr wissen wollt, schaut unter www.kavaluna.com vorbei.